Hi Leute, willkommen bei Todesgrüße aus der Bastel-Ecke. Hier ist wieder Jo mit seinem kleinen Kanal Landeglück. Und ich habe mich entschlossen eine mehrteilige Reihe zum Thema Safe Mother Earth zu machen. Das sind kleine DIY-Projekte, Do-It-Yourself-Projekte, was jeder machen kann. Ganz einfache Maßnahmen, um richtig Geld und Energie zu sparen. Leider muss ich Geld als erstes nennen, weil das offensichtlich der Hauptantrieb und Beweggrund der Menschheit ist. Aber aus meiner Sicht ist das andere wichtiger, Energie sparen, Abgase vermeiden und Müll vermeiden, indem man Dinge möglichst lange benutzt oder wiederverwendet. Im heutigen Teil von Safe Mother Earth geht es also um eine kleine Maßnahme, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, an älteren Dachfenstern. Und zwar hatten wir das Problem, dass die Dachfenstern an der Innenseite der Scheibe Kondenswasser gebildet haben. Da die Scheibe selber, das Fenster ist älter, also sind die Dämmwerte schlechter und dadurch ist die Scheibenoberfläche an der Innenseite so kühl, um die 12 bis 14 Grad, vielleicht auch weniger, wenn es kälter ist draußen, dass die Luftfeuchtigkeit auskondensiert und dann das Wasser innen am Rahmen runterläuft. Und um einerseits diesen unangenehmen Effekt zu vermeiden und andererseits Energie zu sparen, habe ich mir eine ganz einfache Methode einfallen lassen, wie man den Energieverlust durch die Fenster um etwa 40% reduziert durch den Einbau einer weiteren Scheibe auf der Innenseite. Durch die zusätzliche Luftschicht, eine ruhende Luftschicht mit mindestens 25 mm Stärke und die zusätzliche Scheibe mit 4 mm wird der Wärmedurchgangskoeffizient um 1 Watt pro Quadratmeter Kelvin gesenkt. Das bedeutet, man spart etwa 40% an Energie durch diese kleine und einfache Maßnahme. Also, zusammenfassend kann man sagen, Bei Verukom gibt es einen Fensterrechner. Mit dem kann man ausrechnen, wie viel Energie und Geld man sparen kann, wenn man neue Fenster einbaut. Ich habe die neue Verglasung mit 1,8 Watt angesetzt und dann meine alten Fenster entsprechend dem Baujahr eingegeben. Dabei ergibt sich eine Ersparnis bei 0,6 Quadratmeter. Das hat ja bloß 0,6 Quadratmeter, das Fensterlech. Eine Ersparnis von 93,6 Kilowattstunden und 9,83 Euro. Also knappe 10 Euro pro Jahr. Die Scheibe hat ungefähr 25 Euro gekostet, was bei 10 Euro genau 2,5 ist. Also 10 Euro Ersparnis pro Jahr. Was bedeutet, nach zweieinhalb Jahren ist die Investition der Scheibe bereits wieder drin. Und da ich die Scheibe ja bereits 10 Jahre habe, heißt das, ich habe schon dreimal so viel gespart, wie ich ausgegeben habe. Und damit habe ich natürlich auch eine ganze Menge Energie gespart, nämlich diese 93,6 mal 10 Jahre, also 936 Kilowattstunden in 10 Jahren. So, hier also die Temperaturmessung. Das ist jetzt die Temperaturmessung an dem isolierten Fenster. Unter dem Fenster ist keine Heizung, also es sind genau gleiche Bedingungen. Das ist so ein Laser-Thermometer. Und jetzt gehen wir noch rüber in meine kleine Anzuchtstation. Das ist dann die Messung an dem nicht isolierten Fenster. Das wurde zum gleichen Zeitpunkt eingebaut wie das andere, ist auch der gleiche Hersteller, gleiche Scheibe. Weiter oben. Weiter unten. Man kann also sehr deutlich einen wunderbaren Unterschied feststellen. Hier haben wir eine kühlere Temperatur an der Fensteroberfläche innen, wie an dem zusätzlich isolierten Fenster. Es ist eine ganz einfache Sache. Die einfachste Methode überhaupt, ein älteres Fenster besser zu machen, sodass weniger Energie durch die Fensterfläche rauszischt. Die Fenster sind in einem Gebäude immer noch, trotz der tollen Dreifach-Isolierverglasung, Wärmeschutzverglasung, immer noch die Teile, die am meisten Energie verlieren, wo wir am meisten nachheizen müssen, am meisten Abgase erzeugen, wenn wir fossile Brennstoffe verwenden und wo wir demgemäß auch am meisten einsparen können. Nicht nur finanziell, ich betone das ausdrücklich, es ist natürlich eine finanzielle Sache, aber hier geht es ja um viel mehr als bloß Geld. Nämlich den Schutz unserer eigenen Welt. Diese wundervolle Welt. Die wollen wir uns doch nicht kaputt machen. Also, Leute, macht was. Man sieht hier unten, dass schon Wasser draufgelaufen ist, die Jahre vorher. Das Wasser ist dann getrocknet, in das Holz reingezogen. Es ist also eine unauffällige Bastelaktion gewesen. Auf den ersten Blick erkennt man überhaupt keinen Unterschied zu einem normalen Dachfenster. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aber diese kleinen Nägel, die ich damals eingetrieben habe. und hier, hier unten, hier und hier und die haben einfach bloß den Zweck, die Scheibe zu halten, so lange, bis das Silikon hart ist. Also man bringt die unteren Nägel an und einen an der Seite, stellt die Scheibe rein und dann kann man hier noch einen anbringen. Man drückt die Scheibe ein bisschen nach innen, treibt den Nagel ein und hier oben auch noch zur Sicherheit und dann liegt die Scheibe auf den Nägeln auf. Hat einen wunderbar gleichmäßigen Abstand zu dem ganzen äußeren Fenster und dann kann man diese Silikonschnur hier einbringen. Einfach das billige, transparente Bausilikon. Reicht völlig aus. Man muss kein Spezialsilikon kaufen. Ja, und was noch wichtig ist, ist, die Scheibe muss etwas kleiner sein als der Ausschnitt. Denn Kunststoffe dehnen sich bei Temperaturschwankungen sehr stark aus. Wenn das Silikon ausgehörtet ist, kann man die Nägel auch einfach wieder rausziehen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil die kleinen Nägel hier, die stören mich nicht. Wenn das optisch stört, der wartet, bis das Silikon am Rand hier hart ist. Dann hält dieser Silikonrand die ganze Scheibe. Das klebt ja auch wie die Hölle, das Zeug. Und was noch wichtig ist, man muss den Rahmen innen drin lackieren. Bei Holzfenstern, bei Kunststofffenstern ist es egal, aber der Rahmen muss praktisch luftdicht sein innen drin. Und deswegen habe ich diesen Rahmen innen drin komplett mit Klarlack versiegelt. Weil, wenn in diesen Zwischenraum Feuchtigkeit eindringt, dann hast du das Problem, dass die nicht mehr entweicht, die Feuchtigkeit. Und deswegen muss man den ganzen Rahmen einfach mit Klarlack doppelt versiegeln. Das sieht man überhaupt nicht. Klarlack ist ja durchsichtig. Und da unten sieht man, dass das Fenster schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Also das war zum Teil so, dass innen an der inneren Scheibe dann Kondenswasser war, das dann runterläuft auf den Holzrahmen und dann im Holzrahmen drin trocknet. Worauf man auch achten sollte, ist, dass Fenster, die nach Süden gehen, mit Schrauben gesichert sein sollten. Dass die Scheiben innen auf den Rahmen auch noch geschraubt sind und unten drunter ist dann die Silikonschicht. Weil Fenster, die nach Süden gehen, eine viel höhere Hitzebelastung haben und sich die Kunststoffscheibe dann viel stärker ausdehnt. Wer das optisch noch aufhübschen will, kann auch hier einfach eine Leiste drüber kleben, eine Holzleiste, also quasi einen Scheinrahmen oder einen doppelten Rahmen drüber machen, sodass man das überhaupt nicht mehr sieht. Aber mich stört das nicht. Die Fenster sind alt, das ganze Haus ist alt und ich will hier keinen Castingpreis für schöner Wohnen gewinnen. Der Schutz unserer Atmosphäre durch Isoliermaßnahmen. Wer weniger heizt, erzeugt weniger Abgase, ganz klar. Hier geht es ja um viel mehr als bloß Geld. Nämlich den Schutz unserer eigenen Welt. Diese wundervolle Welt. Die wollen wir uns doch nicht kaputt machen. Also, Leute, macht was. Das ist das, was wir uns doch nicht kaputt machen. Vielen Dank.